Hallo zusammen! Wir waren in der vergangenen Woche am Donnerstag bei Galileo und fahren seitdem eigentlich mehr oder weniger Tag- und Nachtschichten, um wieder Herr der Lage zu werden. Ihr seht, es sieht auch gar nicht mehr so aufgeräumt aus. Wir bemühen uns auf jeden Fall, diesen Bestellansturm, den es gegeben hat, so schnell wie möglich abzuarbeiten. Es dauert jetzt aktuell leider ein bisschen länger als normalerweise. Wenn ihr Bock habt, das Video nochmal zu sehen, dann schaut doch mal rund ums Video. Ich werde auf jeden Fall meinen Link setzen. Könnt ihr euch da gerne die ganzen Sachen nochmal reinziehen. Also bis bald, alles Gute, ciao!